Äh, also, meine Zuschauer haben mir Katzenbilder geschickt auf Instagram, Intro. Ähm, wieso hat diese Katze einen Becher auf ihrem Kopf? Oh, das ist süß. Zwar keine effing Katze, aber das ist auch gut. Hä, das ist doch eine Katze und wie fett ist dieses Teil, bitteschön, oh mein Gott! Fat Cat. Magst du Waffeln? Ja, aber nicht alle. Wann badest du in griechischen Joghurt? Was hat das damit zu tun? Warum hat diese Katze einen Geschlechtsverkehrschutzballon auf ihrem Kopf? Fortnite-Katze. Das hier ist keine Katze, das ist ein angeleinter Frosch! Peter, ich mag dich sehr, aber ich habe leider keine andere Wahl. Komm da raus! Das ist auch keine Katze, das ist ein Hamster! Ich bin ein Hamster! Ist das eine Katze in einem Mülleimer? Hallo, ich bin eine Katze in einem Mülleimer! Was ist das, bitteschön? Herr Salami, wer ist das? Eine Katze, die aussieht wie eine Salami. So weit war ich auch schon! Hm, lecker, Brezel! Warum ist diese Katze in einen Tisch drinne? Butterkatze, 240 Euro, verkaufe eine Katze mit Butter auf dem Rücken. Du kannst nicht einfach mal eine Katze verkaufen! Schöne Katze, oder? Das ist keine Katze! Ich hoffe, ich konnte die weiterhelfen. Ja, danke! Hiermit konntest du mir auf jeden Fall weiterhelfen! Ha, das ist aber eine geile Katze, das bin ja ich mit einem Sixpack! Ich kann das alles erklären? Bild von unserer Klassengruppe. Acht Stunden Anabolika? Brötchen? Was ist das für eine Klassengruppe? Mama, darf der Kevin heute bei mir spielen kommen? Was ist das hier, bitteschön? Was sind das für Füße? Oh mein Gott! Kanacken Katze! Kanacken Katze! Kanacken Katze! Komm aus das Glas raus! Dachte am Anfang, es wäre ein Burrito. War es aber leider nicht. Das... Wie ist das ein Burrito? Das ist eine Mandarine! Das ist keine Katze! Was ist das? Ist das ein Fischstäbchen? Und wer bist du? Was ist das eine... Hä? Schon wieder eine Katze mit Becher als Kopf? Oh mein Gott! Komm da runter! Was ist das? Das ist keine Katze, Leute! Also, Mama, darf der Kevin jetzt bei mir spielen kommen? Banane! Tu die Banane weg! Das ist echt traurig! Du siehst doch klar und deutlich, dass die Angst hat vor der Banane! Wo ist das Gesicht hin von dieser Katze? Und was ist das? Warum bist du eingewickelt in Folie? Ich bin eingewickelt in Folie! Also, Mama, darf der Kevin jetzt bei mir spielen kommen? Das ist keine Katze! Das sind Pinguine verkleidet als Ananas! Schon wieder so eine fette Katze! Ich muss eigentlich leise sein, meine Mutter ist am schlafen. Was ist das? Oh mein Gott! Okay, das ist süß, ganz ehrlich. Darf man aus Katzen wirklich Benzin machen? Deutsche Erfinder kann aus Katzen Benzin machen? Warum ist eine Katze verkleidet als Hummer in einen Topf drinne? Need to know? Sixpack? Naja fast! Katze? Gras! Also danke, dass du noch gesagt hast, dass das Gras ist, hätte ich sonst echt nicht gewusst! Papa, ich glaube ich habe mein Gameboy zu Hause ver... Komm aus den Mix heraus! Was ist das? Das ist keine Katze! Das ist... Was ist das überhaupt? Wenn du noch einmal sagst, dass ich schlecht in Minecraft bin... Warum hat diese Katze eine Unterhose an? Warum hat diese Katze eine Unterhose an? Warum ist diese Katze in eine Unterhose drin? Warum schickt dieser Typ mir die ganze Zeit Fotos von Katzen mit Unterhose an? Und warum hat diese Katze eine teurere Unterhose als ich? Und warum schickt der Typ sich selbst in eine Windel? Die Katze ist witzig! Nein, das ist keine Katze! Das ist ein Motorrad! Ist diese Katze eine Fernbedienung am Rauchen? Warum hat hier jede Katze Angst vor einer Banane? Lass doch mal die Katze in Ruhe mit der Banane! Die Arme! Vielleicht sollte ich aufhören, sowas zu googeln! Die Katze sieht aus wie Drachenlord! Hallo, ich bin Drachenlord! Papa, ich habe Angst alleine zu schlafen! Need to knows Katze? Jemand hat eine Instagram-Seite gemacht über meine Katze! Wenn deine Mutter einkaufen war und dir nichts mitgebracht hat! Zwei lustige Katzenbilder! Das ist keine Katze, das ist ein Hamster! Und sind das Airpods? Das ist noch ein Hamster! Und du bist auch ein Hamster! Ich bin ein Hamster! Bitte Leute, lasst doch mal die Katzen in Ruhe mit euren Bananen! Die haben da Angst vor, verdammt nochmal! Was ist das?! Nein, das ist keine Katze! Das ist ein Typ mit einer Krabbe als Haustier! Das ist... Das ist auch keine Katze, glaube ich! Was ist das?! Das ist... Das ist Spaghetti und keine Katze! Das... Das... Leute! Okay, das war's jetzt! Das ist... Abonnieren! Glocke aktivieren! Und nicht zu vergessen... Wau wau! Socken ignorieren! Uiuiuiui! Und weh! Jemand schickt mir noch ein Katzenbild auf Instagram! ... ... ...